Das ist Eglido i6 in Blau, eines unserer Laser-Sinter-Materialien, was speziell auf Reibe und Verschleiß optimiert ist. Zudem ist es lebensmittelkonform nach FDA und EU102011. Viele Kunden haben uns gefragt, könnt ihr bitte auch eine blaue Type machen, da blau leichter zu detektieren ist. Diesen Wunsch haben wir sehr gerne aufgenommen, daher jetzt Eglido i6 in Blau, speziell für die Lebensmittelindustrie.